Diese Worte, die Paulus geschrieben hat, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich lebe, das lebe ich im Glauben an den, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist eigentlich das Wort, was von dieser tiefen, innigen Bindung, persönlichen Bindung spricht. Und der Paulus an anderer Stelle spricht, wo er sagt, die dem Herrn angehören, sind ein Geist mit ihm. Sind so tief verbunden, wie es ein Mann und eine Ehefrau sind in der Ehe. Beziehungsweise wie Gott sich das vorgestellt hat. Wie es sein Wunsch ist, dass die beiden eins sind, ein Fleisch. Das ist sein Plan mit Mann und Frau in der Ehe. Das ist aber sein Plan vor allen Dingen und zuallererst für uns, für jeden Einzelnen von uns, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, in unserer Beziehung zu Christus, zu unserem König. Denn er ist dieser eine, der mich persönlich geliebt hat und sich hingegeben hat für mich. 100 Prozent, vollkommen. Und das ist der Grund, warum, als Paulus das begriffen hat, als ihm die Augen darüber aufgegangen sind, dass der Christus, der König, derselbe ist wie in Jesaja 53, der Knecht des Herrn, der für die Sünde des Volkes stirbt. Und dass es nicht nur die Sünde des Volkes ist, sondern ja, dass es dadurch ja auch meine ganz persönliche Sünde ist. Meine Sündhaftigkeit, meine, mein Wesen, mein gottloses Wesen, da wo ich von Gott getrennt bin, von Gott getrennt lebe. Für mich hat er sich hingegeben, für mich persönlich hat er sein Leben hingelegt. Er hat die ganze Last meines Lebens getragen, mein Versagen, meine Schwäche. All das hat er ertragen, ausgehalten, auf sich genommen. Warum? Weil er mich liebt. Aus Liebe hat er das getan. Und seine Sehnsucht ist so groß, dass diese Liebe nicht ins Leere läuft, sondern dass diese Liebe mein Herz gewinnt. Und das Herz eines jeden Menschen, weil er für jeden Menschen gekommen ist, für jeden Menschen gestorben ist, für jeden Menschen sich hingegeben hat, weil er jeden Menschen liebt. Nicht nur mich, nicht nur dich. Und er möchte so gerne, dass diese Liebe unser Herz erreicht und unser hartes Herz durchbricht, sodass diese Liebe sich ausgießen kann in unser Herz und uns dadurch verändern kann zu Menschen, die ihn zurücklieben. Die mit ihm diese tiefe, innige Bindung eingehen, von der er im Abendmahl spricht. Dies ist das Blut des neuen Bundes. Mein Blut, was ich vergossen habe, zur Vergebung deiner Sünden, damit wir einen ewigen Bund schließen. Nicht einen Ehebund, der nur gilt, bis der Tod uns scheidet. Das ist für uns schon viel zu lang, oder? Für viele Menschen ist das zu lang. Die geben vorher auf. Aber Jesus gibt nicht auf. Und sein Bund gilt in Ewigkeit. Über den Tod hinaus. Diesen Bund möchte er mit dir, mit mir schließen. Er hat ihn mit uns geschlossen am Kreuz von Golgatha. Er braucht aber und sehnt sich danach und wartet darauf auf dein Ja, dass du sagst, ja, Herr. Ich will diese Liebe annehmen. Ich will sie hineinlassen in mein Leben. Ich will meinen Stolz aufgeben. Ich will meine Bitterkeit aufgeben, meine Härte. Ich will meine Selbstgerechtigkeit aufgeben. Ich will meine Liebe zur Sünde aufgeben, um der Liebe zu dir willen. Und wenn wir die ganze Zeit vor einigen Wochen, das ist ja jetzt, doch, haben wir ja einige Wochen Pause gemacht mit dem Hohen Lied. Und wir werden auch nicht mehr so lange im Hohen Lied sein. Genießt das. Sage ich euch. Es ist eine gute Botschaft. Es ist eine herrliche, wunderbare Botschaft von dem, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Und ja, es ist eben nicht nur persönlich. Es ist nicht nur individuell. Es geht nicht nur um mich, sondern es geht auch, Paulus spricht von Christus und der Gemeinde. Liebt ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das sind dieselben Worte, die Paulus da verwendet, wie in Galater 2. Er hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Er hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Es ist beides richtig, es ist beides real, es ist beides die Wirklichkeit. Er liebt dich ganz persönlich, ganz allein, ganz individuell. Er kennt dich durch und durch und er möchte, dass du mit ihm, dein Geist, mit seinem Geist eins sind, eins werden. Dass er in dir leben kann und du in ihm. Mein Geliebter gehört mir und ich gehöre ihm. Eine ganz persönliche Liebesgeschichte, die für die Ewigkeit gilt. Danach sehnt sich Gott. Aber er sehnt sich auch nach diesem, die Gemeinde und da werden wir heute vielleicht auch noch hinkommen an diesem Punkt. Hoffe ich doch, wenn Gott Gnade schenkt. Jesus, wir bitten dich, wenn wir dein Wort lesen, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen erreichst mit deiner Liebe. Dass wir berührt werden von deinem Geist. Dass wir, ja nicht nur berührt, sondern dass dein Geist sich ausgießt in unsere Herzen, deine Liebe sich ausgießt. Nochmal wieder neu. Dass du dein Werk tust, während wir dein Wort lesen und hören und darüber nachdenken. Bitte wirke das durch deinen Geist. Amen. Wir sind im Hohelied Kapitel 6. Das Hohelied Kapitel 6. Und wir lesen hier jetzt Verse, die uns irgendwie bekannt vorkommen. Es scheint sowas wie eine Wiederholung zu sein. Zum Teil sind es tatsächlich wortwörtliche Wiederholungen von etwas, was wir schon gelesen haben. In Kapitel 6, Vers 4 steht, Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter deinem Schleier hervor. Wie gesagt, euch kommen diese Verse vielleicht teilweise bekannt vor. Wir versuchen mal den Zusammenhang zu finden. Es ist ja schon, wie gesagt, einige Wochen her. Und in den ganzen Versen davor, ab Kapitel 5, Vers 2, hatten wir letztes Mal gesehen, dass hier eine Krise eingetreten ist in der Beziehung zwischen der Geliebten und ihrem Geliebten. Dem, der Frau und ihrem Mann. Es war dieser merkwürdige Halbschlaf, dieser Traum, oder war es doch Wirklichkeit, wo er sich ihr genähert hat, wo er ihr nahe sein wollte, wo er Eingang finden wollte, in ihre Nähe. Und sie gesagt hat, nein, ich stehe jetzt nicht auf und mach dir die Tür auf. Du kommst hier jetzt nicht rein. Und er das auch nicht übel genommen hat. Er hat es nicht, er hat sie nicht sozusagen, er war nicht beleidigt oder irgendwie, aber er hat es respektiert. Er hat es angenommen. Wisst ihr, und so ist Jesus auch zu uns. Gott ist auch so zu uns. Er respektiert das, wenn du sagst, nein, das ist mir zu nah, Gott. Aber das, was wir dann gesehen haben, ist, sie liebt aber ihren Mann und sie merkt plötzlich, dass sie ihn unheimlich vermisst und dass sie ihn gerne bei sich haben würde. Aber er hat sich zurückgezogen. Und es lässt sich nicht einfach so wieder beheben. Er steht nicht die ganze Zeit vor der Tür und wartet, dass sie ihm jetzt aufmacht, sondern er ist gegangen. Es ist eine Situation entstanden, wo sie sich nach ihm sehnt, aber er ist nicht da. Und es hat damit zu tun, dass sie ihn abgewiesen hat. Und wir lesen im Neuen Testament, Paulus sagt, es betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Wenn du den Heiligen Geist betrübst, dann zieht er sich zurück und dann schweigt er. Dann scheint er irgendwie weg zu sein. Und das, was bei ihr dann aber passiert ist, dass sie sich auf den Weg macht, dass sie ihn verzweifelt sucht überall. Und dann lesen wir davon, wie diese Töchter Jerusalems, die Schwestern sozusagen, ihr begegnen. Und sie fragen, ja was ist denn mit deinem Geliebten? Wie ist er denn so? Und dann, dass wir ihn mit dir suchen zusammen. Stell mal einen Steckbrief auf. Und sie fängt an, ihren Geliebten zu beschreiben. Und während sie ihn beschreibt, passiert dieses Wunder, dass er plötzlich da ist. in der Beschreibung ihres Geliebten, in dem, dass sie sich in das Bild ihres Geliebten vertieft und ihn lobt und preist und anbetet, kommt er ihr plötzlich nahe und sie macht die Augen auf und sieht, er ist da. Er ist direkt da. Und das ist eigentlich diese Stelle, wo es hier einsetzt, in Vers 4. Und deswegen ist das so stark, diese Wiederholung, die hier jetzt kommt. Das Wort, was der Geliebte zu ihr spricht, ist eine Wiederholung. Aber nach all dem, was geschehen ist, es ist Wiederherstellung, es ist Versöhnung, es ist Gnade. Er sagt, du bist schön, meine Freundin, obwohl sie ihn abgelehnt hat, obwohl sie ihn weggeschickt hat. Er sagt, du bist schön, meine Freundin. Und es hat einen ganz anderen Klang. Da steckt die Vergebung und Gnade drin. Es ist wie bei Jesus, als er nach der Auferstehung zu Petrus gekommen ist, mit ihm am Feuer gesessen hat, Fischbrötchen am Morgen, ich weiß nicht, wer Fischbrötchen am Morgen liebt, ich weiß es nicht, Jesus scheint es zu lieben. Kannst du dir nicht vorstellen. Ordentlichen Mattias am Morgen. Und er sitzt mit Petrus am Feuer und sagt, Petrus, liebst du mich? Und es geschieht so eine wunderbare Wiederherstellung, indem er dreimal fragt, so wie Petrus ihn dreimal verleugnet hat und gesagt hat, ich kenne ihn nicht. So kommt die Wiederherstellung, indem Petrus dreimal sagt, ja Herr, ich habe dich lieb, das weißt du, in aller Schwachheit, in aller Unvollkommenheit, nicht so wie ich sollte. Und Jesus sagt jedes Mal, ist gut. Ich sende dich, kümmere dich um die, die mein sind. Es ist diese Wiederherstellung. Ja, wir sagen das und ich glaube, dass es auch richtig ist und wichtig ist, dass wir diese Worte aussprechen. Bitte vergib mir. Ich fand das so stark, vor kurzem war diese Gedenkfeier, 50 Jahre Terroranschlag in München. Ich habe da nur ganz kurz so reingeguckt irgendwie und dann war da der Oberbürgermeister von München. Ja, und er hat das gesagt, ich entschuldige mich, dass wir das und das unterlassen haben und ich entschuldige mich. und so, ich habe gedacht, dieses Wort, ich entschuldige mich, ist eigentlich sehr furchtbar, sehr grausam, weil es von einer völlig falschen Voraussetzung ausgeht. Ich kann mich nicht entschuldigen. Ich kann nicht die Schuld, die auf mir liegt, selber von mir wegnehmen. Sondern ich bin darauf angewiesen, dass der, an dem ich schuldig geworden bin, dass er mir vergibt. Und das fand ich dann so stark zu lesen, dass unser Bundespräsident tatsächlich diese Worte wählt. Er hat einen Bezug zu Christus. Er hat einen Bezug zu Jesus. Das merkst du an bestimmten Stellen immer wieder. Und er spricht diese Worte aus. Ich bitte um Vergebung. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Worte aussprechen, weil sie eben eine Bedeutung. Worte haben eine Bedeutung. Aber ich glaube auch, und das sehen wir ja gerade zum Beispiel in der Geschichte mit Petrus, da ist kein Wort von Vergebung. Petrus bittet nicht um Vergebung und Jesus sagt auch nicht, ich vergebe dir. Aber es geschieht genau das, Vergebung, Versöhnung in diesem Gespräch. Und das ist auch hier so. Indem er ihr zuspricht, schön bist du, meine Freundin. Da steckt die Vergebung Gottes, die Annahme. Du bist schön, weil du umgekehrt bist, weil du zurückgekehrt bist. Du bist schön, meine Freundin. Wie Tirza. Oha, wenn wir sowas lesen, dann denken wir immer, ja, keine Ahnung, wer oder was ist Tirza. Anmutig wie Jerusalem. Ich weiß nicht, was du für eine Beziehung zu Jerusalem hast. Hast du überhaupt für eine Beziehung zu Städten? Na, Tirza ist auch eine Stadt gewesen. Und Tirza war so eine schöne oder bedeutende oder tolle, wunderbare Stadt, schöne Stadt, dass Jerobeam, der König, der sich aufgeschwungen hat, nach Salomo, den größten Teils Israels, unter seine Herrschaft zu bringen, dass er diese Stadt als seine Hauptstadt auserwählt hat im Nordreich. Und sie war eine ganze Zeit lang die Hauptstadt des Nordreiches Israel, bis es dann Samaria wurde. Und das zeigt uns, dass dieser Text unglaublich alt ist auch. Übrigens, der Hinweis auf Tirza. Tirza war danach völlig unbedeutend. Also es muss in der Zeit vor Omri, dem König Omri, also vor dem Jahre 870 geschrieben sein. Das heißt, dass das hier von Salomo geschrieben ist, ist eigentlich sehr deutlich. Tirza, eine wunderbare, schöne Stadt. Jerusalem, die wunderbarste, die tollste, die herrlichste Stadt. und dann furchterregend wie Kriegsscharen. Das ist irgendwie merkwürdig. Das ist ein merkwürdiges Kompliment. Du bist, meine Freundin, du bist furchterregend wie Kriegsscharen. Verstehen können wir das vielleicht durch das, was danach kommt. Wende deine Augen von mir ab, denn sie verwirren mich. sie schaut ihn an mit dieser Liebe, mit dieser Hingabe. Und er, ja, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal gegangen ist, so, dass dich, der Mensch, dich jemand so angeschaut hat und du rot geworden bist und gedacht hast, das ist mir zu heftig, das ist mir zu krass hier. Ja. Genau, das ist natürlich gemeint da mit diesem Hintergrund. Und, ja, es geht weiter, wie gesagt, mit diesen Versen, die wir auch schon hatten. Aber das erste, was er sagt, deine Augen und von den Augen ist ja immer wieder die Rede gewesen. Diese Augen, die schauen auf ihn. Ihre Augen sind schön, weil sie auf ihn schaut. Wisst ihr, das ist das, was Gott uns auch sagt. Schaut auf Christus. Schau auf ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Schau auf ihn, mittendrin, in den ganzen Zweifeln, in den ganzen Ängsten, in den ganzen Sorgen, in den ganzen Nöten, in den ganzen Anfechtungen, in denen du, schau auf ihn. Schau immer wieder auf ihn. Das ist die Botschaft, die Bill uns hier gebracht hat. Pastor Bill, als er von Petrus auf dem Wasser geredet hat. Auf ihn schauen, nicht auf das Wasser schauen. Auf ihn. Schau auf ihn. Das ist das, was die Geliebte schön macht. Das ist das, was uns schön macht, in Gottes Augen, auf ihn zu schauen. Und das ist das, was uns hält an ihm. dieser Blick, die Augen. Und er spricht weiter von diesen verschiedenen Dingen. Er kommt in dieses Beschreiben wieder hinein, was wir schon hatten. Und dann kommt in Vers 8 ein merkwürdiger Vers. 60 Königinnen sind es und 80 Nebenfrauen und Mädchen ohne Zahl. Eine nur ist meine Taube, meine Vollkommene. Sie ist die Einzige ihrer Mutter, sie ist die Auserkorene ihrer Gebärerin. Sehen sie die Töchter, sie priesen sie glücklich, die Königinnen und Nebenfrauen, sie rühmten sie. Wer ist sie, die da hervorglenzt, wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchterregend wie Kriegsscharn. Haben wir es schon wieder hier. Hier setzt er sie sozusagen mitten unter all die Frauen, die es noch so gibt. Und jetzt ist die Frage, wie dieser Vers zu deuten ist. Es gibt da unterschiedliche Deutungen dazu. Wir wissen ja über Salomo und seinen Weg. Er ist nicht das supertolle Vorbild darin, in der Art und Weise, wie er sein Leben geführt hat mit Frauen. Nein, er hat sich verführen lassen, nicht von den Frauen, sondern von dem Widersacher, seinem Fleisch zu folgen, nicht zufrieden zu sein, mit der einen. Und es ist so, es ist ein bisschen unklar, aus welcher Perspektive sind diese Verse hier formuliert. Ich glaube aber, er betont es ja hier sehr. Er macht es ja deutlich, dass das Eigentliche, und deswegen glaube ich, dass diese Verse inspiriert vom Heiligen Geist genau uns das richtige lehren, auch wenn Salomo selbst uns hier kein Vorbild ist. Aber er spricht hier eigentlich genau davon, dass genau das eben auch nicht vorbildlich ist, nicht das ist, was wirklich Gottes Wille ist, sondern dass es die eine ist. Das ist das, was Gottes Wille ist. Nicht die vielen, die eine. Und wie gesagt, wir können diese Verse vielleicht so lesen, dass er sie formuliert, als Ausspruch des Geliebten, ja, des Mannes Christus. der sagt, ja, da gibt es diese Könige, die haben ihre 60 Königinnen und 80 Nebenfrauen, die alle wunderschön sind, alle wunderbar sind. Und dann gibt es noch die vielen Mädchen ohne Zahl. Aber für mich, sagt Christus, gibt es nur die eine. Für mich gibt es nur die eine. Ich sehe nur die eine. Und ich bin nur mit der einen verbunden. Die anderen gibt es für mich nicht. Wisst ihr, als Gott Mann und Frau geschaffen hat, dann hat er für Adam eine Frau geschaffen. Er hat gesagt, die beiden sollen ein Fleisch sein. er hat nicht viele Frauen geschaffen. Er hat nicht viele Männer für eine Frau geschaffen. Er hat nicht viele Frauen für einen Mann geschaffen. Er hat nicht einen Mann für einen Mann geschaffen. Er hat nicht eine Frau für eine Frau geschaffen. Er hat einen Mann geschaffen und für sie eine Frau. Dass die beiden in der Liebe mit Gott vereint eins sein sollen. So war es am Anfang. So hat Jesus es auch gesagt. als sie ihn über die Scheidung befragt haben, hat er gesagt, ja, Mose hat doch geboten, dass man einen Scheidebrief schreiben soll und so weiter. Jesus hat gesagt, das hat Gott zugelassen, um eure Herzenshärtigkeit willen. Aber so ist es nicht am Anfang gewesen. Und somit zeigt er uns, das was Gott am Anfang geschaffen hat, in der Beziehung zwischen Mann und Frau, das ist Gottes Wille für uns für uns Eine nur ist meine Taube, meine vollkommene. Wisst ihr, das ist so wichtig. Ich spreche jetzt mal zu uns Männern. Und Jesus hat das zu einer Frau gesagt, das heißt also auch, ihr Frauen könnt das auch für euch anwenden, aber es betrifft, glaube ich schon, noch mehr uns Männer. Er hat es zu einer Frau gesagt, er hat gesagt, hol mal deinen Mann, als er mit der Frau am Brunnen saß, hat er gesagt, hol mal deinen Mann. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Die Wahrheit ist aber eine andere. Jesus sagt, ja, in einer gewissen Art und Weise ist das die Wahrheit, weil der Mann, mit dem du zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Er ist nicht rechtmäßig dein Mann. Ihr seid nicht verheiratet. Vielleicht ist er sogar verheiratet und ihr lebt im Ehebruch. Er sagt, fünf Männer hast du gehabt. sie hat sie wahrscheinlich sogar nacheinander gehabt. Immer wieder geschieden, wieder neuen Mann geheiratet, wieder geschieden, neuen Mann geheiratet. Wie viele Männer, Frau hast du schon gehabt? Wie viele Frauen, Mann hast du schon gehabt? Und Jesus sagt es, es ist nicht nur eine Sache, mit wem habe ich alles schon im Bett gelegen, sondern mit wem habe ich schon in meinem Herzen die Ehe gebrochen? Wo ist meine Kartei von Frauen? 60 Königinnen und 80 Nebenfrauen und Mädchen ohne Zahl. Bin ich eher wie Salomo oder bin ich eher wie Christus? Eine, eine ist meine Taube, meine vollkommene. Gott ist ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit, er kennt uns und unsere Schwachheit und dafür ist Christus gerade gekommen. Er ist der eine, der ohne Sünde ist. Er ist der eine, der in vollkommener Liebe zu seiner einen Braut sich hingegeben hat und sie geliebt hat. Und er zeigt uns damit die Liebe Gottes, die nicht teilt, die eifersüchtig ist. Sie sagt, das ist mein Ein und Alles. Und dann gibt er seinem Volk dieses Gebot, du sollst, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus dem Ägyptenland herausgeführt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist genau dieses Gebot. Wenn es dann nachher später in dem Gebot heißt, du sollst nicht die Ehe brechen, dann ist es genau die Widerspiegelung dessen, was geistlich richtig ist, in unseren menschlichen Geistlich ist es richtig, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, weil der Herr Israel dein Ehemann ist und du seine Ehefrau und so soll es auch unter euch Menschen sein, brich nicht die Ehe, lass die eine Frau deine einzige sein, reinige dich von deiner Kartei löse dich davon, kreuzige das, all die Bilder, all die Videos, all die Gedanken, die du pflegst, kreuzige das, es soll nur die Einige geben für dich, so wie Gott Israel immer sagt, reinige dich von den Götzen, ja auch das müssen wir selber, reinige dich von dem, woran dein Herz hängt, du kannst nicht zwei Herren dienen, sagt Jesus, wo dein Herz ist, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein, sammelt nicht Schätze, das war das, diese Bindung an Christus, es soll der Eine sein, Jesus soll mein Ein und das haben wir vorhin gesungen, oder? Du allein bist alles für mich, Herr. Warum? Weil er auch sagt, du bist mein Ein und alles, ich gebe mich dir ganz eine ist meine Taube. Ich muss da auch noch an etwas anderes denken und das steht in Johannes 17 als Jesus ein langes Gebet spricht in Gegenwart seiner Jünger bevor er gefangen genommen wurde sozusagen ein letzter Segen den er ausspricht über ein letztes Gebet das er spricht für seine Jünger bevor er verhaftet wurde. Johannes 17 Es ist wie eine Art Vermächtnis und in diesem Gebet gibt es eine Sache die er erbittet von seinem Vater und das ist Vers 11 Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir heiliger Vater bewahre sie in deinem Namen den du mir gegeben hast dass sie eins sein wie wir wie gesagt ich habe darüber gesprochen über die dass unsere Beziehung persönlich zu Christus ist wie der Geliebte und die Geliebte aber das ist auch dass Gottes Perspektive ist die eine Gemeinde die vielen die wir sind eine Gemeinde die Christus liebt und für die er sich hingegeben hat nicht nur für dich sondern auch für die vielen um dich herum und er sagt ich wünsche mir so sehr als euer geliebter Herr der ich mich hingegeben habe für euch der ich euch liebe ich wünsche mir so sehr dass ihr eins seid eine Braut nicht eine geteilte Braut eine Braut er betet später noch mal zu diesem Thema in Vers 20 sagt er aber nicht für diese allein bitte ich also für die Jünger die gerade vor ihm sind die Frauen und Männer um ihn herum nicht für diese allein bitte ich sondern auch für die welche durch ihr Wort an mich glauben also wir er hat für uns gebetet damit sie alle eins sein wie du Vater in mir und ich in dir dass auch sie in uns eins sein damit die Welt glaube dass du mich gesandert hast guck mal das ist so ein zentrales Anliegen von Christus dass wir eins sind in der Liebe vereint in Christus vereint das ist so wichtig für die Evangelisation für die Mission für unsere Sendung es geht in diesem Gebet auch immer um die Sendung mit der wir hinaus gesandt werden in diese Welt dass wir das Evangelium hinaus bringen von Christus von der Liebe Gottes und wisst ihr was eins der schwerwiegendsten Hindernisse des Evangeliums in dieser Welt ist die Spaltung im Leib die Uneinigkeit und Jesus betet dafür er bittet dafür dass alle die an ihn glauben vereint sind dass sie zusammen gefügt werden Jesus ist diese Einheit so wichtig dass er dafür betet am Schluss und er weiß ganz genau dass es total heftig umkämpft sein wird und es ist dieser Kampf von Geist und Fleisch der sich da austobt und gerade das ist ein Werk des Teufels von Anfang an gewesen was hat er gemacht um Eva zu verführen um Eva und Adam zu Fall zu bringen er hat sie voneinander getrennt er sich Eva allein genommen und hat mit ihr gesprochen und hat ihr vor Augen geführt sie könnte Erkenntnisse erlangen die größer sind die stärker sind die heftiger sind die lebensverändernd sind und sie hat sich darauf eingelassen sie war aber getrennt von ihrem Mann in dieser Situation und die Geschichte zeigt uns auch dass Gott nicht Einheit um jeden Preis will in der Verführung von Eva macht sich Adam dann wieder eins mit seiner Frau und sagt ja wenn sie jetzt davon gegessen hat dann esse ich auch davon Gott will nicht Einheit um jeden Preis aber er ringt darum dass wir die Einheit suchen in ihm in seinem Wort in seiner Wahrheit dass wir zu ihm hin uns wenden und wenn wir spüren wenn wir merken wir sind nicht zusammen wir fallen irgendwie auseinander dann sollte es unser Herz sein wenn du ein jünger Jesu bist wenn du ein Kind Gottes bist dann sollte dein bestrebender nach sagen Herr zeig mir wo ich der Einheit im Wege stehe mit meinem Fleisch reinige mich davon hilf du uns zurückzufinden zu dieser Einheit die du gestiftet hast durch deinen Geist wir haben doch und das ist das was Paulus beschreibt in 1. Korinther 12 dann sagt er in Vers 12 denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat alle Glieder des Leibes aber so obwohl viele ein Leib so auch der Christus denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden es seien Juden oder Griechen es seien Sklave oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden das ist die Grundlage wir haben alle die wir gläubig geworden sind an Jesus Christus alle denselben Heiligen Geist empfangen der Heilige Geist in dir und in mir ist derselbe so unterschiedlich wir teilweise vielleicht auch sind so unterschiedlich wir drauf sind so unterschiedlich Erkenntnisse wir haben aber der Heilige Geist den wir empfangen haben durch Jesus durch den Glauben an Jesus ist derselbe und wenn da diese Trennung in uns zwischen uns ist dann müssen wir diesen Weg suchen wo ist denn die Einheit zu finden wo ist unser gemeinsames Fundament lasst uns das nochmal neu betrachten und uns darauf neu stellen und lasst uns von da aus beurteilen was ist denn das Trennende hier warum sind wir getrennt ist es weil wir tatsächlich nicht denselben Geist haben oder ist es weil unser Fleisch Dinge groß und wichtig macht die aber für Gott nicht die Bedeutung haben ich will abschließen mit ein paar Versen aus dem Epheser Brief Kapitel 4 Bedeutung ich glaube dass der Weg dahin wirklich das ist dass wir neu entdecken was Gott der Urgemeinde geschenkt hat dieses sie blieben aber in der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft in den Gebeten im Brotbrechen und hier zurückzukommen zur Lehre der Apostel zu dem was der Heilige Geist durch die Apostel gegeben hat ich ermahne euch nun ich der Gefangene im Herrn er betont das sein Status als Gefangener aber er sagt im Gefangener im Herrn Christus hat mich eingenommen ich gehöre ihm und er gehört mir wir sind eins ich ermahne euch nun ich der Gefangene im Herrn wandelt würdig der Berufung mit der ihr berufen worden seid mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragend er sagt ihr seid berufen ihr seid berufene wenn ihr zu Jesus Christus gehört wenn ihr seinen Geist empfangen habt dann seid ihr ihr berufene aber es geht darum das auch auszuleben diese Berufung zu der wir berufen worden sind Gemeinschaft mit dem heiligen Gott zu haben mit ihm zu leben ihm zu folgen ihn zu repräsentieren dazu 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 gehört dass wir uns immer wieder reinigen lassen wir haben eine hohe Berufung empfangen Herr reinige mich stärke mich dass ich dieser Berufung würdig leben kann und dazu gehört eine Veränderung meines Charakters die der Heilige Geist bewirken will die Frucht des Geistes hier wird genannt mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragend das ist würdiges Verhalten als Kind Gottes so gebe ich Gott die Ehre wenn ich darin wandle wenn ich darin lebe und wenn ich sehe in meinem Leben wenn ich ehrlich und aufrichtig bin und mich selbst betrachte und merke da fehlt mir was mit meiner Demut ist das nicht weit her Sanftmut ist auch nicht unbedingt was was mich so kennzeichnen würde ein geduldiger langmütiger Mensch bin ich schon lange nicht und aushalten und das ist das was das hier heißt in der Liebe Spannung aushalten ertragen in der Liebe es ertragen wenn Dinge nicht rund laufen wenn Dinge nicht gut laufen den anderen aushalten und dabei trotzdem immer noch zu lieben und nicht hart und bitter zu werden ist das mein Wesen und Geschwister es gibt immer Hoffnung wenn wir Mangel sehen in uns dann können wir uns immer zu Jesus hinwenden und sagen Herr fülle du diesen Mangel aus verändere mich forme mich ich möchte dir ähnlich werden und das ist ein Weg dieses Wandeln würdig der Berufung ist genau das es fängt damit an dass ich mich danach ausschrecke dass das in meinem Leben geschieht und Gott lässt das in unserem Leben geschehen er erhört unser Gebet er liebt seine Kinder er möchte genau das bewirken dass wir uns verändern lassen und formen lassen in sein Bild und dadurch werden wir auch fähig zur Einheit in all der Verschiedenheit wie Paulus sagt so viele verschiedene Glieder aber wie können wir das aushalten ja durch dieses Wesen durch diesen Charakter die Unterschiede aushalten können in Liebe das Ertragen in der Demut den anderen höher achten als mich selbst sanftmütig zu sein nicht den anderen grob und hart anzupacken und Geduld zu haben mit mir selbst und mit dem anderen mit uns als Leib befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens ich finde das interessant dass Paulus sagt hier du musst fleißig sein du musst Arbeiter reinstecken das kostet Kraft das kostet Arbeit es gibt manche Menschen die sehnen sich nach einem Ehepartner die sagen ich würde so gerne einen Partner haben ich fühle mich so alleine neulich habe ich mit jemandem gesprochen und gesagt weißt du was das mit der Ehe das ist nicht nur eine Win Win Situation das ist auch eine Lose Lose Situation eine Ehe bringt einem viel Segen versteht mich nicht falsch ich bin gerne mit meiner Frau verheirat und ich liebe das ich freue mich gerade in dieser Zeit so sehr darüber dass Gott mir eine Hilfe an meine Seite gestellt hat aber ja wir tragen auch einander Lasten und das heißt ich habe nicht nur meine eigene Last sondern ich habe auch die Last meiner Frau mit zu schleppen gut dann erlebe ich dass sie meine Last mitträgt und das entlastet mich wieder aber das eine ist dass ich entlastet werde aber das andere ist dass ich belastet werde und das ist auch in der Gemeinde so es ist so ein Segen dass wir dass Gott uns zusammengestellt hat so bunt und so vielfältig wir sind es ist so ein Segen dass ihr alle so anders seid als ich wirklich ich bin dadurch so gesegnet aber manchmal ist es auch schwer auszuhalten miteinander so verschieden wir sind und da müssen wir fleiß aufwenden wir können die einheit nicht herstellen geschwister versteht das nicht das kann nur der geist tun der geist macht uns eins der heilige geist wenn du den heiligen geist empfangen hast und ich den heiligen geist dann sind wir eins eines geistes und du kannst die einheit blockieren indem du im fleisch lebst denn dein fleisch und mein fleisch die sind total unterschiedlich und die spalten sich aber der heilige geist der eine heilige geist der vom vater kommt der in dir lebt und in mir lebt der macht uns dann auch die wir so verschieden sind im fleisch eins wenn wir nicht nach dem fleisch leben sondern nach dem geist und das ist der fleisch den wir aufbringen müssen nicht dass wir uns anstrengen müssen immer lieb zueinander zu sein sondern dass wir im heiligen geist leben dann werden wir tatsächlich zusammengefügt mit all denen die auch im heiligen geist wandeln im heiligen geist leben das ist der fleisch den wir aufbringen müssen das ist der Fried durch das Band des Friedens wenn du Frieden in dir hast mit Christ wenn du nicht im Streit mit ihm bist weil dein Fleisch so stark ist im Kampf gegen den Geist sondern wenn du einwilligst wenn du das Fleisch gekreuzig wenn du im Frieden mit Gott lebst dann wirkt sich der Friede auch aus auf die Gemeinschaft untereinander und dann spricht er von diesem was der eine Geist tut er gibt uns einen Leib und es ist nämlich ein Geist wie ihr auch berufen worden seid in eine Hoffnung eurer Berufung wir haben alle dieselbe Hoffnung ewiges Leben ewige Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel das haben wir alle miteinander gemeinsam nicht nur die wir hier sitzen auch in den anderen Gemeinden haben die eine Hoffnung zu der wir berufen worden sind das teilen wir ein Herr es ist der eine Herr Jesus Christus und das ist dann immer die Frage für mich ist Jesus und wir müssen immer bei uns selbst anfangen ist Jesus wirklich mein Herr bestimmt er mein Leben nicht nicht nur am Sonntag morgen sondern die ganze Woche über folge ich ihm nehme ich sein Wort ernst Jesus sagt viele werden mich Herr Herr nennen aber ob ich Jesus wirklich als meinen Herrn angenommen habe zeigt sich darin ob ich seinen Willen tue ob ich ihm folge ob ich mich ihm unterordne ein Herr und dein Herr Jesus ist derselbe Herr den ich habe aber es gibt viele die Herr Herr sagen es gibt auch viele die von Jesus sprechen aber einen anderen Jesus meinen es gibt aber nur den einen wie ihn die Apostel verkündet haben ein Glaube und mit diesem einen Glauben ist dieses Vertrauen in den einen Herrn Jesus Christus und das Evangelium gemeint mit diesem einen Glaube ist aber auch die Inhalte des Glaubens gemeint wie sie uns durch die Apostel gelehrt wurden den Schöpfer Gott der eine Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde der alles am Leben erhält der seinen Sohn Christus gesandt hat um die Sünde der Menschen hinweg zu nehmen und so weiter und so weiter all diese Lehre die Glaubenslehre auf die unser Leben gegründet ist die wir finden in dem Wort was er durch die Propheten die Apostel und durch den Herrn Jesus selbst in unsere Welt hineingesprochen hat eine Taufe gibt nur eine Taufe einmal habe ich mein Leben Christus geweiht und Gott steht zu diesem Bund er sagt ja zu uns und wenn wir ja zu ihm sagen dann steht er zu diesem Bund ein Gott und Vater alle der über allen und durch alle und in allen ist wir sind die eine Braut Geschwister wir sind die eine die Taube die vollkommene er liebt uns er hat sich selbst für uns hingegeben er möchte dass diese eine Braut auch wirklich eine ist wenn er kommt und sie zu sich zieht in die in den Himmel hinein dann soll es die eine Braut er will die Hochzeit mit der einen Braut feiern nicht mit mehreren Frauen deswegen am Ende ist es egal in welcher Kirche du gewesen bist Jesus wird dich am Ende nicht fragen in welcher Kirche bist du denn gewesen er wird dich schon fragen bist du in die Gemeinschaft hast du deine Geschwister geliebt hast du in der Liebesbeziehung in der verbindlichen Liebesbeziehung in einer Gemeinde gelebt in einer Gemeinschaft gelebt es kann so unterschiedlich aussehen wie das in unserem Leben sich gestaltet aber lass uns doch als Gemeinde wirklich darum ringen dass wir diese Einheit des Geistes haben das fängt bei mir an es fängt bei dir an inwieweit du bereit bist dem Heiligen Geist wirklich die Leitung in deinem Leben zu überlassen inwieweit du es zulässt dass der Herr Jesus Christus unser aller Herr wirklich dein Herr ist im Leben im Alltag und und dann fügt uns der Heilige Geist so wunderbar zusammen in der Liebe dann treibt uns seine Liebe an zueinander hin und dann werden die Menschen sehen die hier hineinkommen Mensch das ist hier eine Atmosphäre hier ist eine Liebe untereinander unter den Leuten das finde ich das ist einmalig irgendwie lasst uns darum ringen lasst uns dafür beten dass das Gott in uns tut ich muss aufhören Amen